äh äh lol in gott hat der server noch responding das ist ja krass ich dachte ja ja ich hab schon mal ein dingeln, das kann nicht sein ja 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 okay, dann weiß ich wie der Code ist ja 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 Okay. Oh, das ist ja, dann bin ich fertig. Faszinierend. 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 Ich bin recht, Captain Janeway. Leben lang und in Frieden. Jetzt geh erstmal auf Toilette, dann kann ich weiterleben. Ich bin recht. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt gehen wir jetzt wieder weiter. Lass mich hoch. Immer noch. Wie jetzt? Ach, wie weit? Stimmt ja. Jetzt weiß ich es wieder. Stimmt ja. Stimmt ja. Hast du schon mal einen Vulkanian gesehen, der 2 Meter groß ist? Gut, dann sollst du mal einen Vulkanian anschauen. Oh, das ist Misty. Du willst Urlaub machen auf Optimus Prime? Hä? Ja. 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 Also wenn ich diese Station sehe, erinnert mich das noch an die Gorn. Ach stimmt ja, wir treffen ja hier gleich auf die Gorn. Ich bin tot, oh nein, ich bin tot. Heil mich du blöde Schlampe. Glaube ich eine hier. Ich kriege die Einführlichkeit. Muss mich selber ein. Glaube ich ja nicht. Ich muss mich selber heilen. Glaubst du das? Dann darfst du es jetzt glauben. Also manchmal hören sich die Faser so an. Äh, man hört sich das so ähnlich wie die Melodie an. Wirklich, kein Witz. Äh, man hört sich das so ähnlich wie die Melodie an. Äh, man hört sich das so ähnlich wie die Melodie an. Äh, man hört sich das so ähnlich wie die Melodie an. Oh, das ist schlecht. Äh, man hört sich das so ähnlich wie die Melodie an. Ich sehe hier aber keinen einzigen Klingonen, sondern nur Sternenflottenoffiziere. Äh, man hört sich das so ähnlich wie die Melodie an. Äh, man hört sich das so ähnlich wie die Melodie an. Äh, man hört sich das so ähnlich wie die Melodie an. Vielen Dank.